hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play the walking dead in der letzten folge haben wir uns durch die wand ein loch gegraben sind am dachspeicher geflohen sind jetzt in einem neuen raum und haben chris und omit gesagt dass kenny bitte auf temtan aufpassen soll wenn wir sterben sollten und wir gehen jetzt einfach mal durch diese tür hier auf den tür haus ist gut okay dann gehen wir nicht dadurch das machen wir am besten nicht auf dann gehen wir da hinten durch alles klar ich bin ja mal gespannt jetzt könnten echt finden und wer die verdammt noch mal geführt hat ob es echt die eltern waren weil die sehr momentan im elternhaus könnte funktionieren so dann wollen wir mal dahin so krass das alles nur mit einem arm es kommt auch mit du schaffst auch gut christa gut kenne ich bitte schaffst auch okay ich hoffe nicht so so was sind jetzt you doing good i'm not but i'm trying man what happened honestly you know how many nights cat and i laid and i broke down rv she give me hell Wieso sollten wir das machen? Wieso muss das immer so komische Übergänge haben? Wir haben hier ein Holzstreben. Können wir nicht warten bis die da rüben sind? Ich hasse das. Natürlich müssen wir nach unten gucken. Nicht schön. Jawoll. River Street ist gerade vor. Gut. have you ever been to the hall? Nope, Maw of darkness full of walkers? Fuck that shit. This roof could give way. Don't gotta tell me twice. Let's keep going you bunch of lollygaggers. Huh. Luh. Naaah. Oh fuck. Well? I'm so sorry. Wir müssen es zurückkommen. Das ist unser Lichtflieger-Tour. Aber wir können diesen Mann ohne ihn finden. Und was haben wir gemacht? Wir brauchen alle Kluge, die von ihm rauskommt. Lee ist richtig. Ich bin so fucking sorry. Es ist okay. Wir müssen nur wissen, wer da geht. Nein, wir gehen nicht. Loll. Christa! Jesus fucking Christ! Ich habe es. Geh mich hoch! Komm, komm, bitte. Bitte, bitte. Findet etwas, schnell! Geh ein bisschen auf sie. Komm, komm, komm. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas finden. Ein Pfosten? Pfosten wäre gut. Können wir sie dran hochziehen. Komm, Pfosten reicht uns. Geh an das. Wir ziehen dich hoch. Gut, danke. Cool. Das war laut. Oh shit. Shit, they're in there. Fuck. Fuck. Jump up here, baby. Let's go. Jump. Bitte, 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 bitte. Ich und meine fucking Hör. Okay. What are you doing? Get her, Ken. Ken hat gesagt all that shit. And not to do something now. Come on. Reach. I got you, hun. Save her. Go, go, go. Can you fucking hear me? Kenny. Bitte, mach keine Scheiße. Du hast nur eine Kugel. Kugel. Komm. Schneller. 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 Scheiße, Kenny. Kenny, Kenny. Ich konnte nicht sagen. Er ist weggerannt. Ich hoffe. Bitte. Bitte. Get the fuck off me! No! Go! Bitte. Bitte. Nein, Kenny, bitte nicht. Nicht Kenny. Bitte. Scheiße. Marshal's Hotel is around the corner of the block. Are you okay? Do you want to talk? Kenny was my friend. Soon as someone dies, they don't immediately have to have their sins forgiven. When it gets an hour moratorium, at least. I understand. I understand. This is a shitty time. I want to make sure we're clear before we go forward. What is it? Clementine. Clementine. I know Kenny was your guy. Yeah? When it comes to Clementine. Well... I don't care about it. I don't care if he's who you wanted, but I want you to know that you don't need to worry. Okay. Okay. We have to cross here. Well, at least it doesn't look like a death trap. It doesn't look like a death trap. No, not anymore. No, no. He's going first. Wie gesagt, da müssen die halt sich drauf achten, wenn Kenny jetzt auch tot ist. Ich hoffe, er ist nicht tot. Bitte nicht. Ich habe immer noch die minimale Hoffnung, dass er nicht tot ist. Deswegen, wenn ich jetzt hier abstürzen würde, dann wären die zwei halt noch übrig. Wenn die beiden abstürzen, wären die beide tot. Und wer soll dann auf Clementine aufpassen? Oh mein Gott. Es ist so. Almost there. Es ist eine easy crossing. Good. Shit! Oh Gott. Oh, fuck! Shit! Are you okay? I'm kind of fucked here. What are you gonna do? Fuck it. I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? But maybe you got to it fast enough. Maybe you'll be fine. I can't risk losing more time on a long shot. Let's meet outside of town. By the train. Are you nuts? It's the only way. Do you hear me? Yeah, by the train. Jesus. We'll be there. We'll be there. We'll be there. Okay. Beim Zug. Ich merke mir das. Beim Zug. Ich muss mir das merken. Fuck, fuck, fuck. Scheiße. Was machen wir denn da jetzt? Boah, wir sehen ja immer schlechter aus. Alter, Vater. Junge, Junge, Junge. Komm. Alles verklemmt an. Alles verklemmt an. Ich hatte wieder so eine Gänsehaut, Alter. So eine Scheiß-Gänsehaut. Jawoll. Auto. Bleibt das Auto noch? Oh, wir machen auch Schauss. Da muss Clementine drin sein. Normalerweise. Jetzt stellt sich nur die Frage, wo ist sie? In welchem Raum? Okay, ich kann mich nirgends noch bewegen. Ich kann nur gerade ausgehen. Momentan sehe ich aber noch nichts. Höre ich irgendwas? Erstmal lauschen. Boah, wie wir aussehen. Da ist jemand drin. Da ist ein Seil gespannt. Ansonsten gibt's hier nichts, ne? Hier ist ein Seil gespannt. Und? Boah, Alter. Er schreckt mich doch nicht so. Ich habe uns die Schauss-Räume. Oh. Okay. Das ist Sybil. Du siehst schrecklich. Und du hast einen Arm. Go over there. Put your things down. Let me out. Who's out there? Okay. Okay. Quiet, please, sweetie. Your things. There. This is all I've got. Okay? You travel light. I don't believe you. Scheiße. That's everything. Go ahead and search me. No, I'm not touching you. Just sit down. Okay, das ist gut, das ist gut. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir haben noch das Beil. Oder das Messer oder so. Do you know who I am? Nein. No. I don't know anything about you. You wouldn't. People like you don't. Now you're thinking. Who would have it out for me? Huh? Tja, wer das ist, das erfahren wir in der nächsten Folge von The Walking Dead. Bis morgen. Ciao. Bye-bye. 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 Bye-bye.